Ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem Display zu Resident Evil 3 und genau wir waren beim letzten mal hier in einem neuen Gebäude angekommen in diesem Glockenturm und genau da würde ich sagen machen wir jetzt einfach mal weiter. Mir ist noch aufgefallen dass ich noch die Waffe hier drin habe das ist gerade bisschen doof ansonsten ist mir auch noch aufgefallen dass wir tatsächlich Munition sparen müssen und mir ist auch aufgefallen dass wir gar nicht mehr viel haben das wird lustig naja egal wie gesagt wir waren hier angekommen wir haben eine schicke neue Waffe aber gar nicht so viel Muni dafür genau und die normal stinknormale Waffe die können wir eigentlich auch raus schmeißen weil die brauchen wir jetzt nicht mehr genau und wir haben genau jetzt dieses Glockenturm Gebiet mit zwei neuen Türen würde ich sagen machen wir das doch einfach mal ja es geht tatsächlich weiter nachdem letzte Woche ja leider leider nur eine Folge kam wegen diesem Zaun Problem aber auch guckt euch das an wir haben hier ein schönes Klavier Jill sieht aus als wäre er schon lange Zeit nicht mehr benutzt und sie irgendwas an Muni oder so oh Gott oh Gott ne die die habe ich da habe ich jetzt keine Lust drauf oh nein da habe ich jetzt keine Lust drauf geh raus sie an den Glockenturm Schlüssel benutzt jawoll geh da weg keine Lust jetzt auf Zombies nicht direkt am folgen anfangen oh habt ihr das auch gehört wer ist hier ah Carlos gott sei dank hi wie was we made you don't get it they have no intention of letting us make it back alive do you really think we can trust their great evacuation plan huh it's just a piece of paper we don't have any other choice than to trust them right now no if we're gonna die then we should get to choose when it happens when it happens no I just I can't handle it was ist mit Carlos los ähm das ist jetzt gerade echt interessant warum dreht jetzt Carlos am Rad naja ok ähm lass uns mal dieses Esszimmer hier durch im Kamin ist nichts das das war dieses Esszimmer hier durchsuchen gibt es hier nichts irgendwie wundig mäßig irgendwie was ist mit Carlos los Freunde ich kann ihn ja verstehen aber er sollte nicht unbedingt am Rad drehen als Soldat ah ok ähm dann wie gehen wir uns mal hier weiter diese alten Türen oh große Haupthalle oh und was liegt denn da große Haupthalle und was liegt da Schönes jau ein Bienenwerfer gar nicht mal schlecht er hält etwas in seine Hand Dienstanweisung Befehl für UBCS Echo Team ok Innenstadtbereich von Verseuchung befreien und restliche Bürger in den Glockenturm evakuieren unter den Zivilisten haben Beschäftigte Vorrang die in Tochterunternehmen von Umbrella arbeiten in ständiger Alarmbereitschaft bleiben denn die Infizierten verfügen über große Ausdauer und werden ohne Zögern zuschlagen Evakuierungsablauf oh Gott oh was ist für Musik hier erstens wenn der Auftrag ausgeführt ist oder wenn es unmöglich wird ihn zu erfüllen muss sofort evakuiert werden zweitens wir werden einen Hufschrauber der in die Vorstadt der in der Vorstadt wartet direkt zum Platz vor dem Glockenturm schicken ah drittens wenn sie für die Evakuierung bereit sind läuten sie die Glocke im Glockenturm um dem Hufschrauber ein Zeichen zu geben also es äh hört sich so danach an als die Leiche eines Söldners er ist wohl im Kampf gestorben es hört sich wohl so an als ob hier wirklich die große Rettung folgen soll ne Glockenturm was ist das denn da hinten auf dem Tisch was ist das ach ne Karte oi guck mal da haben wir ja noch einiges vor na obwohl gar nicht mehr so viel sie haben jetzt genau Glockenturmkarte und ne Heilungsspray ja sehr schön nehmen wir gerne mit Heilungsspray geht immer aha ok und wir haben jetzt hier wieder eine schöne schöne Vorhalle was ist denn das oh Musik das hört sich aber schrecklich an das hört sich aber echt schrecklich an eine alte Spieluhr sie spielt leider nicht richtig auf ihrem Deckel steht etwas geschrieben r h r h r r wartet mal da mach ich mir mal ein Bild von wartet mal ähm so r 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 kr r r r Car kam hier r das Schloss entriegelt. Aber ich möchte da nicht raus. Weil da sind wir nämlich hergekommen. Ähm, nein. Ich würde gerne erstmal hier unten weiter gucken. Gibt es hier noch irgendwas? Da ist nochmal so ein Teil. Okay, was haben wir hier? Oh. Oh, das hört sich schon mal besser an. Schöne Melodie. Scheint eine alte Spieluhr zu sein. Etwas steht auf dem Deckel. H-R-H-A-R-A-H. Was zur Hölle? Mach ich mir mal ein Squishop. Ich glaube, das ist ein Rätsel. Das hört sich schön an. Schöne Spieluhr. Ach, ist das cool. Jo. Hört sich gut an. Scheint eine alte Spieluhr zu sein. Na, warum? Nein! Ach, verdammt. Ja. Wir hören uns das gleich nochmal an. Ja. Tö, 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 tö. Genau. Jetzt haben wir es genug aber gehört, oder, Jill? Das steht auf dem Deckel. So. Jetzt aber weg hier. Haha. Wartet, was ist es? Ne, die Lamp ist nicht beweglich. Ich dachte, die wäre beweglich. Gut, Freunde, gehen wir in diese neue Tür hier rein. Diese alten, klassischen Türen aus dem ersten Teil. Richtig Hammer. Hey, was ist das denn? Eine Spinne. Was zur... Oh, da liegen Granaten. Aber wartet mal. Lass mal lieber... Geh mal lieber raus und wieder rein. Das sind ja diese kleinen Minispinnen. Das heißt, hier rennen Spinnen rum. Haben die uns jetzt geschädigt? Nein, das hätte mich jetzt auch stark gewundert. Oh Gott. Was ist denn das für die Musik hier? Richtig gruselig sind die jetzt... Na, die sind weg, seht ihr? Die sind weg. Alte Bücher liegen hier. Nein, die sind immer noch da. Warum sind die immer noch da? Okay, da müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen hier. Äh, Jill, nimm bitte die Granaten. Nimm die... Ach, verdammt nochmal. Ich glaube aber... Ah, wir können drauf... Wir können drauf treten. Wir können drauf trampeln. Okay. Das ist sehr gut, Jill. Trampel auf die Spinne. Ach, wie, 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 wie... Ach, sehr gut. Nein, gut, ist jetzt egal. Nimm die... Nimm doch die Granaten. So. Oh, ist das eklig hier, ey. Mit den Spinnen. Aber es... Wir haben sie kaputt gefletscht. Es ist hier nichts verdächtig. Die ist verschlossen. Unter dem Schlüsselloche ist der Gott der Zeit eingeritzt. Oh Gott. Aha. Oh. Kunstpostkarte. Eine Postkarte, die antike Uhren zeigt. Aha. Sie ist mit folgendem Spruch bedruckt. Überlasse der Göttin deine Seele. Falte die Hände und bete vor ihr. Ach, ist das cool. Wieder so ein richtig schönes Gebäude hier. Mit so schönen Rätselchen. Und Farbbändern. Richtig cool, oder? Ja, ist ja gut jetzt, ihr Spinnis. Es ist hier nichts verdächtig. Ja, gut. Okay. Bäh. Voll drauf geplatzt hier, ey. So. Ähm. Gut, Jill. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal da hinten rein. Oh Gott. Musik hier ist auch ganz schön gruselig, teilweise. Ein Seefraum. Na Gott sei Dank. Gott sei Dank, sage ich dazu nur, ey. So, haben wir denn hier irgendwas? Außer wieder so eine schöne alte Einrichtung. Wie im Ehrenhaus. Eine alte Schreibmaschine. Sie können das vorankommen hier speichern. Ja, mach mal. Komm so zum... äh, zum Flair hier. Äh. Hä? Jetzt haben wir sogar... Ach, guckt mal. Jetzt haben wir sogar... äh, Safe-Speicherstand. Äh, okay. Äh, okay. Sehr interessant. Aber okay. Ach, wie gut, dass wir hier in Safe-Rom haben. Schau mal, wir haben. Ordentlich Farbbänder. Wir haben jetzt hier wieder Granaten für den Granatenwerfer. Ähm, die Heilung können wir eigentlich auch mal ablegen. Das Item... Ich müsste eigentlich komplett mal eigentlich mal aufräumen, ne? Aber... Äh, nee. Erstmal nicht. Habe ich jetzt erstmal keinen... keinen Nerv zu. Ähm. Gibt's hier noch irgendwas für uns? Ich meine, die Einrichtung gefällt mir ja mal wieder, ne? Ach nein, jetzt habe ich wieder die Schreibmaschine angedrückt. Ja, gut. Hier ist noch nichts, ne? Ist nichts an Munition oder so? Leider, leider. Gut. Gehen wir wieder raus in die nächste Tür. Die uns altbekannt vorkommt. Alles klar. Oh! Oh mein... Oh Gott. Oh Gott, lass mich das bitte nehmen. Oh Mann. Pulver A. Sehr schön. Dann haben wir direkt nochmal Pulver B daneben. Was? Okay. Interessant. Pulver B. Oh, perfekt, Freunde. Wir haben jetzt wieder jede Menge Pulver hier. Sehr schön. Viermal. Oh, das ist gut, oder? Das ist gut. Die Sachen werde ich aber direkt mal ablegen. Ähm. Einfach, weil ich die Sachen sparen möchte. Ähm. Habt ihr auch gesagt, dass wir die Sachen da besser sparen sollten? Die zwei Shotgun-Schuss hier. Ja, ist egal. Kommt. Ähm. Machen wir einfach mal weiter. Ich hoffe nicht, dass jetzt hier irgendwas Großes kommt. So, nehm es ist oder so. Das wäre gemein. Was ist das für ein Rauschen? Irgendjemand hat den Inhalt der Schublade durcheinander gebracht. Ja, wer war das bloß? Wer war das bloß? So, was ist das hier? Uh. Noch ein Glockenturmschlüssel. Aber jetzt zweimal den gleichen? Glockenturmschlüssel? Glockenturmschlüssel. Kann man die... Ne. Ich hatte es gedacht, aber... Da ist nix mehr. Mhm. Alles klar. Was haben wir hier noch? Haben wir hier noch irgendwas? Was ist das für ein Rauschen? Ah, guck mal. Da ist der Zug hier rein gecrasht. Ach, wie krass. Okay. Wir sind jetzt wieder an dem Zug. Aber hier ist gerade leider nix mehr. Aber cool. Dieser Raum war sehr hilfreich. Sie ist beschädigt und geht nicht auf. Aber die geht doch gleich irgendwann auf, oder? Ne, die geht gar nicht auf. Okay. Oh Gott, was ist jetzt? Äh, ja. Ja, danke. Äh. Bedankt, aber hier muss ich nie wieder hin. Also, nein. Gott, diese Musik, ey. Was die Musik so abgeht. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier eigentlich... ...wieder raus. Ach, guck mal. Jetzt können wir nach oben, ne? Weil der... ...der... ...die Tür da vorne, die geht sehr wahrscheinlich ja nicht mehr. Müssen wir mal gucken, ob die jetzt mit dem Schlüssel aufgeht. Aber ich glaube nicht. Ne. Jetzt sind wir hier wieder schnell. Genau. Aua, du Drecksvieh. Aua, du Drecksvieh. Diese dreckskleinen Spinnen hier, ey. Es ist hier nichts verdächtig. Okay. Verschlossen. Ja. Dachte ich's mir. Okay. Und raus hier. Oh Gott. Diese blöden Minispinnen, ey. So gut machen die keinen Schaden. Ja gut. Ähm. Würde ich sagen. Gehen wir mal hoch hier. Ah, richtig klassische Haupthalle. Cool, Freunde. Das ist cool gemacht. So. Oh Gott. Was ist das denn? Ne Spinne. Ja gut, aber da können wir ja dran vorbeilaufen. Die machen ja nix. Ach, guck mal. Da ist sogar eine Bombe für die Spinnen. Da können wir sogar eine kaputt machen. Okay. Mit einem Schuss, ja. Ah, da sind die kleinen Minispinnen wieder. Aber, ähm. Die werde ich nicht machen. Weil, ähm. Ne. Die machen ja gar nix. Uh. Na hier, wo sind wir ja jetzt hier gelandet. Die Beleuchtung für das Ziffernblatt der Uhr. Aha. Ziffernblatt der Uhr. Hier ist es irgendwie nass. Was zur... Oh. Nicht der schon wieder. Wir können uns entscheiden. Ach nee. Nicht neben mir. Kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Das nicht verwenden. Oh. Nehmen wir das Kabelchen. Nehmen wir das Kabel. Genau. Schweiß ins Wasser. Ah, geil. Okay. Nehmen wir es jetzt. Gehst du kaputt? Ah. Wir haben es genau richtig gemacht. Wir haben es genau richtig gemacht. Und guckt mal. Er hat wieder was für uns. Wo ist das denn? Nehmen wir es mal. Erste Hilfe Kasten. Das ist ja geil. Was ist denn das jetzt? Kann bis zu drei Erste Hilfe Sprays aufnehmen. Und dann haben wir auch noch drei Stück. Oh mein Gott. Wie geil. Ja, heilungstechnisch sieht es jetzt wirklich super aus. Ja, heilungstechnisch sieht es jetzt wirklich super aus. Nochmal zwei rote Kräuter. Oh, wie nice, Freunde. Wie nice. Richtig, richtig, äh, angenehmer Bereich hier, ey. Na gut, die Musik jetzt nicht unbedingt, aber... Auf der kupfernden Zierplatte ist ein Schlüsselloch. Möchten Sie den Glockenturmschlüssel benutzen? Ja, mach mal, äh... Boah, das sieht schon krass aus jetzt hier. Wir können weiter nach oben. Diese Schlüssel brauchen Sie nicht mehr. Ablegen. Weg damit. Was ist denn hier? Wahrscheinlich ist der kurz geschlossen. Da liegt der Nebisist. Schneid ihm doch... Keine Ahnung. Warum war nicht die nicht einfach zerlegt, ne? Ja, gut. Dann geht's mal direkt weiter nach oben hier. Mal gucken, was da oben noch ist. Ich meine, ich bin jetzt voll. Ähm... Mal gucken. Was ist denn das hier schon wieder? Och! Jetzt hör aber auf. Oh, was ist denn das? Silberzahnrad. Aha. Interessant. Gut gepflegte alte Maschine. Was ist denn das? Was ist das denn? Okay. Ach, ne Kiste. Ach, sehr schön, Freunde. Erst ne Kiste. Wunderbar. Das heißt, wir können... ...die Heilung ablegen, weil wir haben ja jetzt eine Dreifach-Heilung. Äh, ähm... Dann machen wir uns hier jetzt nochmal... ...zweimal Rot-Grün. Ach, mit der Heilung sieht das so gut aus gerade. Ich bin zufrieden, was Heilung angeht. Ich bin echt zufrieden. So. Wunderbar hier. Ähm... Das können wir auch ablegen. Ich bin echt zufrieden. Jetzt brauchen wir halt nur noch Muni, ne? Ja, wobei, wir haben ja... Wir haben ja einiges an Puder. Aber wir haben dreimal gelb zu viel. Hm. Wir haben dreimal gelb zu viel. Was wollte ich denn jetzt mit... Ach so, genau. Nachladen. Packt die Granaten in den Granatenwerfer-Chillen. So. Dann können wir mal diese... ...diese Kiste da aufnehmen. Ah, Minengeschosse. Ach, für den Minenwerfer. Ja gut, äh, dann... Was? Es sind noch immer Patronen in der Kartusche. Nachfüllen. Ich bin... Ja, toll. Tolles Teil, echt. Ja gut, äh, dann... ...liegt das wieder ab. Och, das ist natürlich jetzt... Guckt euch die Heilung an. Wir haben noch eins, zwei, drei, vier... ...vier Heilungen hier drin. Und noch drei im Inventar. Sieben Vollheilungen haben wir jetzt. Das muss doch reichen, mein Gott. So, was haben wir denn hier? Ein wunderschön verzierter Apparat. Packt man das Zahnrad rein. Ah, das geht sogar. Äh, äh, ne, da fehlt was. Alles klar, nichts passiert. Aha, das heißt, wir müssen hier noch mal ein paar Zacken hinzufügen, irgendwie. Interessant. Ja gut. Ähm, gut gepflegte alte Maschine. Können wir da irgendwie hoch? Oh, was ist das denn? Feines hier. Eine... Ah, wartet mal. Eine Spieluhr mit kunstvoller Verzierung. Es gibt Schalter, die mit A bis F gekennzeichnet sind. Wollen Sie die Schalter bedienen? Ah, das ist... Ah, okay. Das ist die Melodie aus der Haupthalle. Genau. Das ist die Melodie aus der Haupthalle. Von diesen Spieluhren. Schieben Sie nach... Nach oben oder unten? Wartet mal. Wartet mal. Ähm, wir haben ja zwei Screenshots gekriegt. Äh... Genau, hier. Ähm, bei dem einen, bei dem Schiefen. Ich würde sagen, wir probieren erstmal das Schiefe hier. Ich glaube, ich weiß, wie das funktioniert. Das Schiefe war nämlich R, H, R, 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 H, R, also runter. Ja, genau. Ähm, der Zweite ist hoch. Hä? Was? Nein. Nein, 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 nein. Schalter A muss runter. Ich probiere erstmal das Schiefe. Mal gucken, was dann kommt. Weiter. Der Zweite ist hoch. Ist richtig. Genau, ich probiere erstmal das Schiefe, Freunde. Und weiter. Dann der Dritte hoch. Hä? Ah, nee, runter. Sorry. Runter. Das hört sich nämlich so scheiße an. So. Äh, Schalter C ist richtig. Schalter D runter. Ich bin gespannt, was da passiert. Ob dann irgendwas... Weiter. Der muss hoch. Und dann der Dritte runter. Schalter F. Start. Genau. Jetzt ist es schief. Genau. Diese schiefe Melodie, ey. So, kommt jetzt... Was passiert? Nichts. Nichts. Oder was? Nichts. Ah, Mist. Okay. Ähm. Dann vielleicht doch nochmal danach irgendwie, weil die geben uns ja nicht umsonst zwei Kombinationen. Das Riesel mache ich jetzt noch, Freunde, bevor die Folge zu Ende ist. Ähm. Echt interessant. So. Das ist genau spiegelverkehrt auch, ne? Ja, das ist genau spiegelverkehrt. Schalter A ist hoch. Genau. Weiter. Schalter B ist runter. Genau. Ah, wir müssen das einfach nachbilden, okay? Das ist cool. Schalter C ist hoch. So, weiter. Ja, ist ein bisschen viel geklicke gerade. Ja. Aber. Weiter. Schalter E muss dann runter. Schalter rechts muss dann weiter. Der letzte muss dann hoch. Genau. Und jetzt können wir Start. So. Jetzt haben wir es doch. Wunderbar. Sehr gut. Jetzt haben wir es aber, oder? Ja. Guckt mal, was da rauskommt. Noch mal einen Schlüssel. Möchten Sie das nehmen? Kronoskette. Was für ein geiler Name. Ja, alles klar. Aber dann können wir auch nichts mehr machen. Aber warum geben die uns dann zwei Kombinationen? Was liegt da noch drauf? Was liegt da noch drauf? Ach, Farbbänder. Okay. Aha. Das heißt, wir müssen hier später nochmal hin. Ja, okay. Ähm. Das heißt, wir können das hier ablegen. Das hier können wir dann auch erstmal ablegen. So drei Items sind ja oben. Und diese Schlüssel, wartet mal. Diese Schlüssel. Eine Kette zu Ehren eines Gottes der Zeit. Neben dem Ornament befindet sich ein kleines Loch für eine Schraube. Ah, das ist dieser Zeitschlüssel für die Tür unten. Und die kann man sogar kombinieren. Guckt mal. Jetzt haben wir den Kronoschlüssel. Richtig cool. Das heißt, wir können unten weitermachen, liebe Freunde. Alles klar. Ähm. Dann würde ich aber einfach mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Lasst die Glocke läuten. Dann würde ich mich sehr freuen. Bis da unten. Dann weiter geht's. Sehen wir doch mal beim nächsten Mal. Und, ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Oder schönen Tag. Ne? Tschü, tschü.